Vielen Dank Frau Eichmeier, ich darf Sie auch herzlich begrüßen in Regensburg. Mein Name ist Felix Aufreisen, ich bin wie gesagt Angestellter der Pro Order GmbH und ich spreche mit Ihnen oder ich referiere heute über das Thema Lebensmitteleinkauf. Wie kann man die Prozesse effizienter und kostensparender für Sie als Hoteliersgastronomen gestalten? Wir steigen auch gleich voll ins Geschehen ein, weil wir eben festgestellt haben, also laut Statistik haben Betriebe mit Einkaufsstrategie ein Sparnis von bis zu 10, 10 bis 20 Prozent im Betriebsergebnis und von dem her haben wir uns das als DIVOGA mit Kombination pro Order zum Auftrag gemacht, Sie im Lebensmitteleinkauf unterstützen zu wollen. Jetzt habe ich hier einen Ergebnisbooster, haben wir es mal genannt, was ist das? Einfach nur mal angenommen, Sie können Ihre Kosten im Lebensmitteleinkauf um 2 Prozent senken bei gleicher oder verbesserter Produktqualität und alle anderen Kosten bleiben gleich, kann es zu einem Betriebsergebnis von bis zu 10 Prozent an ein Sparmpotenzial führen. Das ist dargestellt an einem einfachen Rechenbeispiel. Sie sehen, Einsparungen von 2 Prozent im wahren Einsatz kann bis zu 10 Prozent Steigerung des Betriebsergebnisses führen. Das heißt im Endeffekt, jeder Euro, den Sie im Einkauf, im Lebensmitteleinkauf sparen, geht direkt in ein Betriebsergebnis und kann somit natürlich auch für andere Ressourcen, wie Investitionen, Personal reinvestiert werden. Das ist natürlich, gibt es Herausforderungen im Ganzen. Wenn es so wirklich so einfach wäre, dann würden Sie natürlich alle sagen, ja, los, machen wir, lasst uns alle gemeinsam sparen, aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt Sie als Gastronomen, als Hoteliers und es gibt die Lieferanten und die Hersteller der Produkte. Da haben wir folgende Herausforderungen. Die Lieferanten erweitern ständig, permanent ihr Angebot, ihr Sortiment. Es wird immer größer, demzufolge auch unübersichtlicher. Die gesetzlichen Bestimmungen, das wissen Sie selber, die werden immer strenger. Beispiel hier, Lebensmittelinformationsverordnung. Hier wollen wir Sie unterstützen, um eben effizienter zu arbeiten, kostensparender zu arbeiten. Weil, Sie sind eins, Sie sind Gastgeber. Sie wollen Zeit am Gast verbringen, mit dem Gast verbringen. Sie haben wenig Zeit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Sie haben stellenweise leider auch zu wenig Personal. Und, ja, es ist eigentlich auch nicht Ihr Kerngeschäft, sich um solche Sachen zu kümmern. Was passiert unweigerlich? Das ist jetzt ein bisschen drastisch dargestellt, das Ganze. Wir verbrennen unweigerlich Geld, das unnötig ausgegeben wird. Wobei es auf der anderen Seite doch so einfach wäre, durch einfache Mittel diese Mehrkosten zu sparen oder einzusparen. Zum Hintergrund. Wer steckt eigentlich hinter diesem ganzen System? Die HOGA Bayern hat mit ihrer Wirtschafts-Holding der Bayerischen Gastgeber AG diese Pro Order gegründet. Sie kennen mit Sicherheit auch die BTG, die Bayern Tourist GmbH oder auch die HOGA Beratungsgesellschaft. Das läuft alles unter einem Dachverband, die HOGA Bayern Bayerische Gastgeber AG. Ja, was wollen wir erreichen? Die Digitalisierung nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Es wird immer mehr digitalisiert. Und durch diese Systeme, durch unser System, das wir Ihnen kostenfrei anbieten können, wollen wir Sie da im Lebensmitteleinkauf den Schritt in die Digitalisierung, im Lebensmitteleinkauf begleiten. Und natürlich auch unterstützend. Wer ist unsere Zielgruppe? Im Prinzip jeder gastgewerbliche Betrieb in Bayern. Wir sprechen hier von einer Zahl von ungefähr 10.000, die HOGA Mitgliedsbetriebe, die noch keiner anderen Einkaufsgenossenschaft, Einkaufsgesellschaft, Einkaufsdienstleister, nennen Sie es, wie Sie es wollen, angeschlossen ist. Und gerade für diese, für die eher kleineren Betriebe, für die wollen wir Unterstützung bieten. Sie sehen es hier aufgeführt, es ist ganz einfach, mitmachen leicht gemacht. Sie haben kein Eintrittsgeld, Sie haben keine Mitgliedsbeiträge, die Sie monatlich entrichten müssen oder auch jährlich. Und Sie haben keine Sicherheitsleistungen. Das ist alles, wie gesagt, für Sie als die HOGA-Beglieder kostenfrei. Ja, was machen wir für Sie? Wie können wir Sie unterstützen? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir verhandeln auf Artikelebene Preise und Konditionen. Schaffen damit mit dem System Transparenz im Einkauf. Sie können mit diesem System auf Artikelebene bei den verschiedenen Lieferanten Preisvergleiche durchführen. Und so Ihren Wareneinkauf optimal steuern. Wir führen automatisch eine Rechnungskontrollen durch. Es kann immer wieder mal vorkommen, dass auf der Rechnung ein Zahlendreher drin ist. Ein Komma verrutscht, wie auch immer. Mit diesem System können wir genau dem entgegenwirken. Und sollte ein Fehler dabei sein oder sich mal ein kleiner Fehler eingeschlichen haben, machen wir automatisch für Sie beim Lieferanten eine Gutschriftsanforderung, sodass Ihnen da, selbst auch da bei der Kontrolle, kein Geld durch die Hände flutscht, sage ich mal. Zusätzlich können Sie natürlich mit dem System dann auch Preisprüfungen durchführen. Wir können anhand der hinterlegten Daten und Preise dann Auswertungen machen, die Sie dann in Ihrem Controlling unterstützen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie bei uns mitmachen können. Einmal die Komfortkunden. Da bleibt alles wie beim Alten. Sie stellen quasi nur Ihre Konditionen auf die Pro-Order-Preis-Listen um. Die automatische Rechnungskontrolle ist mit inkludiert und die Gutschriftsanforderung beim Lieferanten. Wenn Sie das Spiel noch ein bisschen weiter ausreizen möchten, bieten wir auch noch Premium-Version von dem Ganzen an. Das heißt, Sie stellen Ihnen ein webbasiertes Online-Tool zur Verfügung, mit dem Sie dann Bestellungen bei den Lieferanten auslösen können. Sie können ein Tool nutzen, das Sie in der Inventur unterstützt. Bis dahin gehen, dass wir in die Produktionsplanung mit einsteigen können. Das heißt, Sie könnten sogar Rezepte anlegen, aus den Rezepten Ihre Gerichte kreieren, aus den Gerichten Ihre Tageskarten, Speisekarten schreiben. Alles hinterlegt an der großen Datenmenge mit aller Genkennzeichnung, LMIV-Daten, was da alles dazugehört. Wie kommen wir in Kontakt? Ganz einfach, mein Kollege und ich sind heute den ganzen Tag für Sie da, vorne am Start im Eingangsbereich. Dann vereinbaren wir einen Termin. Wir kommen bei Ihnen im Betrieb vorbei, weil jeder Betrieb von Ihnen ist unterschiedlich. Individuelle Beratung ist da definitiv notwendig. Und wir kommen vorbei, besprechen das Ganze und kommen dann eventuell zum Abschluss, dass Sie bei uns mitmachen. Eigentlich ganz einfach. Ein kleiner Auszug unseres Lieferantenportfolios. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur ein Auszug. Wir haben fast mittlerweile an die 90 Lieferanten, die sich unser System angeschlossen haben. Und es wächst stetig weiter. Also es ist das, die so als Hintergrundinformationen auf die Beorder ja erst seit Ende Mai gibt. Anfang Juni sind wir draußen unterwegs. Ist das doch schon ein ganz großes Lieferantenportfolio, das wir mit anbieten können. Ja, es war eigentlich kein Problem. Mein Kollege Herr Gewaghi und ich, wie gesagt, befinden uns vorne am Stand. Bei Fragen, die jederzeit gerne zu uns vorbeikommen. Wir besprechen dann das weitere Vorgehen und vereinbaren individuelle Termine. Das war es eigentlich schon. Kurz und knapp zusammengefasst. Für Fragen und Antworten stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen jetzt guten Appetit beim Flying Buffet und eine schöne Zeit in Regensburg. Danke.